Und hier drin sind es 6 Werkzeuge alle 2 Stunden, also sogar doppelt so viele. Das ist schon gar nicht so schlecht, also wir müssen eigentlich schauen, dass wir von den Metallwerken mehr bauen. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu New Cycle in der Early Excess Preview, meine lieben Freunde. Wir haben wieder Reisende bekommen, nice. Wir brauchen nämlich gerade wieder neue Menschen, die in die Stadt kommen. Denn wir hatten einen kleinen Crash, als es in der letzten Episode am Ende so richtig fluffig und super lief für 20 Minuten, ist natürlich das Spiel dann direkt abgestürzt. Und das hat dazu geführt, dass dieser super tolle exponentielle Wachstumskurs, auf dem wir die ganze Zeit da waren, sich dann natürlich nach dem Neuladen nicht in der gleichen Form materialisiert hat. Ich musste mich jetzt offscreen nochmal so halbwegs auf diesen Stand hinspielen, den wir da hatten. Und jetzt haben wir erstmal ganz viele verschiedene Engpässe gehabt. Wir hatten Holzmangel gehabt. Wir hatten natürlich auch wieder Menschenmangel gehabt. Alle möglichen Mängel hatten wir wieder gehabt zwischendrin, ja. Das ist der Wahnsinn. Ich musste hier auch wesentlich mehr Holzanlagen, also Holzsammleranlagen bauen, als vorher, damit wir den Bedarf decken, der hier aufgelaufen ist, der Bedarf an Holz. Es ist echt der Wahnsinn. So, wir werden jetzt mal, jetzt haben wir anscheinend wieder ein bisschen Menschen bekommen, drei Menschen. Wir werden jetzt gleich mal noch einen Bauernhof bauen für Weizenproduktion. Da muss ich mal gucken, wo das jetzt hier ist. Genau, Bauernhof. Weil wir brauchen mal dringend jetzt auch Weizen. Das ist ganz wichtig. Weil wir müssen mal ein bisschen eine Alternative zu den Gemüserezepten mal jetzt bekommen. Das ist ganz wichtig. Gibt es hier irgendwo eine Fruchtbarkeit, die über drei Striche hinausgeht, zufällig? Nee, drei Striche ist... Oh, doch, da war... Da war gerade was. Irgendwo habe ich gerade vier Striche gesehen. Hier. Da irgendwie. Irgendwie auch nicht. Nee, da. Da war... Irgendwo da. Da! Da, wo die Gemüsefarm ist. Ach, ist egal. Wir gehen uns jetzt zufrieden mit drei Strichen. Was soll der jetzt? Aber vielleicht so aufbauen, dass wir nicht so viel Platz wegnehmen dafür. Weil wir wollen ja vielleicht noch eine Farm daneben bauen auch. Okay, machen wir das jetzt so. Ist wurscht. Genau, dann bleiben die Gemüsefarm da und dann haben wir hier die Weizenfarm. Das ist nämlich ganz wichtig. Wir müssen nämlich mal dafür sorgen, dass wir bei uns... Hier seht's nämlich, ne? Hier fehlt nämlich wieder jetzt Pilze. Genau, Pilze fehlen jetzt wieder. Und wir müssen halt hier immer schon die Rezepte umstellen, äh, auf Sachen, die wir haben. Jetzt fehlt uns hier Fisch. Im Grunde fehlt uns hier gerade alles. Wir können halt im Grunde eigentlich gar kein Rezept von der, äh, fortschrittlichen Nahrung machen, ohne dass wir nicht irgendwie da auch Weizen verwenden dafür oder auch Wasser. Das ist natürlich ungünstig. Wenn ihr das hier übrigens feiert, dass wir uns New Cycle reinziehen in der Early Access, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts um in der Ecke verlinkt ist. Oder am Ende. Und ihr könnt auch sehr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr mehr sehen möchtet. Wenn ihr es selber spielen solltet ab dem 18. Januar, könnt ihr mir auch gerne sagen, was ich hier alles falsch gemacht habe, natürlich. Könnt ihr mir auch schreiben. Weil bestimmt habe ich das ein oder andere von Anfang an nicht ganz korrekt gemacht. Es ist ja ein neues Spiel. Ich muss ja auch erstmal drauf klarkommen. Aber ihr werdet mir das wahrscheinlich dann alles ganz genau erklären. Genau. So, wir haben jetzt auch ein bisschen mehr Produktionsoutput. Wir haben eigentlich fast alles gesteigert, was man nur steigern kann. Beziehungsweise, ja, wir haben jetzt eigentlich keinen richtigen Engpässe mehr, meine ich jetzt. Also wir haben genug Werkzeug. Wir haben jetzt auch ein bisschen mehr Eisenbarren. Wir haben auch jetzt schon einen ziemlich großen Vorrat an Bronze. Wir können jetzt mal dafür sorgen, dass wir noch weitere Expeditionen machen auf unserer Weltkarte. Denn jetzt sind ja wieder neue Gebiete dazugekommen, die wir wieder erkunden können. Hier zum Beispiel die Küstenlinie. Dann haben wir hier drüben den Forest. Lauf, Forest, Lauf. Genau. Und dann machen wir das mal, würde ich sagen. Wir schicken jetzt mal unsere Späherr, schicken wir jetzt mal zu diesen Locations. Übrigens, die nächste Stufe, der nächste Cycle, den wir dann erreichen können, wenn wir dann 220 Leute haben und das entsprechende Wissen gesammelt haben. Das ist dann sogar schon mit Zügen tatsächlich. Also Züge kommen dann gleich als nächstes. Wir hatten ja dann am Ende noch die Technologie für die Förderbänder noch freigeschaltet. Und ich weiß gar nicht genau, wo sie jetzt waren genau. Bei Produktion, glaube ich. Oder, ne, Ressourcen. Auf jeden Fall hatten wir schon Förderbänder schrei gefaltet. Und das ist natürlich auch eine feine Sache, ja. Also wir könnten jetzt theoretisch auch schon Fabriken bauen mit Förderbändern und so. Kostet natürlich alles Ressourcen. Da müssen wir natürlich dann mal schauen, womit wir konkret dann anfangen. Was haben wir denn für Technologien jetzt noch nicht freigeschaltet eigentlich? Ich glaube hier, guck mal, das fortgeschrittene Metallverarbeitungstechnologie-Gedöns. Genau, da kriegen wir nämlich auch Zugriff auf die Elektromotoren. Und die sollen wir ja für die Aufgabe produzieren. Und dann müssen wir noch die Production Chains noch freischalten. Genau. Ich glaube, Förderbänder machen nicht viel Sinn, wenn wir nicht auch irgendwie Fabrikanlagen haben, die wir da dran anschließen können. Insofern müssen wir das natürlich erst mal schreifalten, nicht wahr? So, wie sieht es aus mit dem Bauernhof? Der wird jetzt gerade gebaut. Ich mache mal ein bisschen die Beschleunigung an, nicht wahr? Kann man, glaube ich, mal machen. Und da ist er fertig. Und wir gehen natürlich auf Weizen und stopfen mal hier die Leute rein. Genau. Da sehen wir, wir brauchen wieder sehr viel Wasser dafür. Alter, jetzt brauchen wir sehr viel Wasser. Ähm, 796 produzieren wir. Jetzt ist aber auch gerade anscheinend keine Dürre. Insofern, ja, müssen wir ein bisschen auf dem Zettel behalten. Jetzt regnet es auch passenderweise. Das ist natürlich auch nice. Haben wir hier in der Nähe noch zufällig eine Wasserquelle, die wir noch anzapfen können? Das wäre noch ganz geil. Hier wäre noch eine Wasserquelle, die wir noch nicht anzapfen. Ich glaube, die zapfen wir jetzt einfach mal an. Weil ich glaube nämlich, äh, in der Nähe vom Bauernhof ein bisschen mehr Wasser zu zapfen, könnte schlau sein. Es ist nämlich manchmal auch so in der Dürre, dass manche Wasserquellen noch Wasser produzieren, und andere aber schon trocken sind. Das ist mir auch schon aufgefallen, dass nicht gleichmäßig alle immer ausfallen oder kein Wasser haben. Das ist nur relativ selten, dass wirklich alle kein Wasser haben. Äh, insofern ist es ganz schlau, wenn man möglichst viele Quellen eigentlich anzapft, um auch möglichst zu diversifizieren. Ja, auch ganz wichtig eigentlich, wenn man die Möglichkeit halt hat, durch Stromproduktion und so. Strom wird auch noch so ein Thema sein. Mir ist aufgefallen, für die fortschrittlicheren Produktionen, zum Beispiel die Brennerei, um Alkohol herzustellen, brauchen wir ja die Brennerei. Und, ähm, die braucht einfach mal 750 Elektrizität. Ein Gebäude, eine Anlage. Metallwerk! Metalleute! Nice! Lass mal gleich noch die nächste Schreif halten. Lass mal gleich hier noch Production Chains Schreif halten. Genau. Forschung Berginnen. Ich bin sehr gespannt. Also mir macht gerade die Nahrungsproduktion die meisten Sorgen, ehrlich gesagt. Wir sollten mal jetzt umstellen. Jetzt müsste ja eigentlich Weizen schon gekommen sein. Ich stelle jetzt mal hier, ähm, das hier mal ein. Jetzt genau, guck mal. Siehst du, da kriegen wir jetzt nämlich Nahrung aus Weizen. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Hier vielleicht das auch noch einstellen. Und hier, guck mal mal, wenn wir das vielleicht nochmal auf Fisch umstellen. Fisch und Wasser. Ja, okay, nee, Fisch kriegen wir anscheinend auch gerade. Überhaupt nicht. Das ist natürlich ungünstig, wenn wir jetzt keinen Fisch bekommen. Und kein Fleisch auch. Das ist halt alles irgendwie jetzt schon weg. Also dann haben wir ja gerade so es geschafft, diesen Punkt zu erwischen. Ähm, umzuswitchen zwischen selbstangebauter Nahrung und Jäger- und Sammler-Dasein. Also so gerade so. They arrived to Forest. Ja, sie haben Forest gefunden. Forest Gump. Uncharted Territory. Unerkundetes Gebiet. Eine Region voller Leben in diesem dichten Wald. Voller Texturen und Grün. Wir sollten in der Lage sein, ihn zu erkunden. Und zu sehen, was dort so zur Verfügung steht. Baumholz, Fleisch, Wasser. Für jetzt sollten wir einen Watchtower bauen. Ja, okay, das mit dem Watchtower, das sagen die immer irgendwie. Aber das ist anscheinend dann erst die nächste Expedition dann. Mit dem Watchtower. Ähm, genau. So, dann lassen wir gleich noch gucken. Da müsste gleich noch eigentlich eine kommen. Die zweite Expedition zur Coastline. Schauen wir mal, was wir da jetzt aufgedeckt haben. Ah, guck mal. Siehst du, da hinten ist nämlich wieder Highlands. Ja, komm, dann schicken wir ihn gleich noch dahin. Schicken wir ihn gleich noch zum Highlands. Und wir haben wieder einen Händler. Ah, der hat mal was anderes. Ich bin ja mal begeistert. Der hat ja nicht immer nur das gleiche jetzt. Der hat auch mal Eisenbarren und so. Das ist jetzt halt die Frage. Was will der jetzt haben von uns? Papier könnten wir den geben. Aber wir brauchen eigentlich weder Eisenerz. Naja gut, obwohl es geht eigentlich ziemlich nach unten. Warte mal, wie sieht es denn aus mit unseren Zahlen beim... Achso, das kann ich jetzt nicht sehen. Das ist natürlich blöd. Kann ich jetzt die Verbrauchszahlen leider nicht sehen. Was wir wirklich mal dringend bräuchten? Wir essen. Wir sind halt auch schon im Herbst jetzt. Allgemeine Werkstatt. Ich glaube, wir müssen mal dringend noch Nahrungsquellen erschließen. Sonst haben wir da demnächst ein Problem. Aber warum wollen sie denn das Fleisch nicht verarbeiten? Das verstehe ich nicht. Achso, weil da die Pilze wieder fehlen. Warte mal, wir machen jetzt mal normales Essen. Und stellen mal hier jetzt mal um. Moment. Wir stellen mal hier um wieder auf normales Essen. Einfache Mahlzeit. Die hier können ja noch die angemessenen... Es sind ja nicht so viele Leute, die Handwerker. Die können ja die angemessene Essen. Genau, weil wir müssen jetzt mal dafür sorgen, dass wir hier andere Nahrungsquellen jetzt anzapfen. Gemüse haben wir ja. Genau, Gemüse haben wir ja. Da können sie ja Suppe machen. Und auch hier normales Fleisch können sie ja auch machen. Das ist mal jetzt ganz wichtig. Dann decken wir jetzt den Bedarf von den Handwerkern, decken wir jetzt mit dem gehobenen Mahlzeiten erst mal. Und von den normalen Leuten müssen wir halt jetzt erst mal schauen. Die müssen jetzt erst mal die Standard-Mahlzeiten jetzt essen. Keine Ahnung. Da haben wir ja auch noch welche auf Lager. Und dann sollte das erst mal... Dann sollte es zumindest die Hungersnot nicht geben. Dann müssten wir die eigentlich vermeiden können normalerweise. Weil es ist noch Essen da. Es ist halt nur nicht das richtige Essen da. Wir müssen mal jetzt ein bisschen da drum rum schippern. War nicht die Erforschung der Konserven für den Watchtower nötig? Ja, das kann sein. Wir haben ja gleich die nächste Technologie auch erforscht. Wir müssen mal... Warte mal, wir müssen mal schauen, dass wir hier mal ein bisschen mehr Eisen noch bekommen jetzt. Und lasst mal bei Eisenerz hier welche reinnehmen. Genau. Hier haben wir noch die Möglichkeit. Okay. Weil dann würde ich nämlich das dann hier noch machen. Wir kriegen bestimmt auch gleich nochmal Nachschub an Leuten. Weil wir hatten hier nochmal so eine Expedition jetzt losgeschickt. Die dann neue Menschen zurückbringt, wenn sie durch ist. In wenigen Tagen, vier Tagen ist die durch. Dann kommen nochmal Menschen wieder in die Stadt. Und das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. So, jetzt sehen wir. Jetzt kommt wieder ein bisschen mehr Essen rein. 50 Produktionen und 14 Verbrauch. Das ist doch schon mal gut. Wenn wir jetzt hier mal auf die Standardnahrung umstellen. Wie sieht es da aus? Okay, da ist ein bisschen wenig Produktion am Start. Da müsste man vielleicht nochmal was umstellen. They arrived in the shoreline. Ah, genau. Was ist denn eigentlich an der Küstenlinie am Start? Unerkundetes Gebiet. Wir haben eine unbewohnte Region mit einer Vielzahl an Wasser entdeckt. Es sollte nützlich sein, sie zu entdecken und zu sehen, was dort zur Verfügung steht. Okay, Eisenerz gibt es da. Baumolz. Guck mal, das wäre zum Beispiel interessanter als der Wald. Coastal Abundance. Was haben wir hier? Highlands. Der Highlander. Nice. Diese neue Region kann signifikante Ressourcen beinhalten. Oh, guck mal, was da alles gibt. Kohle, Zinn, Kupfer, Eisen. Wenn nichts funktioniert, können wir zumindest einen Watsch-Tower bauen. Okay, ja gut. Da braucht man, wie gesagt, ja dann diese Ressourcen. Hatten wir jetzt hier noch eine Produktion, eine Forschung? Die hatten wir nicht. Okay, dann mache ich jetzt noch die Erforschung von den Konserven. Und dann sind wir ja hier auch schon dann in der nächsten Stufe sozusagen. Da bin ich mal sehr gespannt. Was ist hier los? Was passiert hier? Ah, haben wir nicht genug, äh. Ja, jetzt haben wir nicht genug Erz für die Verarbeitung. Okay, jetzt ist es soweit. Ähm, ja. Wir brauchen mehr Erz. Dann stellen wir jetzt mal die Minespaß und zahlen wir mal hier auf Dings um. Auf, ähm, Eisen. Guck mal, da kommt nämlich ordentlich was raus. Und hier kommt auch noch was raus. Dann, dann haben wir nämlich wieder einen Überschuss oder sollten einen haben. Stadthalle aufwerten. Oh, was? Ein bedeutender Tag für unsere Gemeinschaft. Ha. Wir haben die Stadthalle anscheinend aufgewertet. Also ist das hier nicht die Stadthalle? Oder ist das jetzt eine Aufgabe? Ah, nee, das ist eine Aufgabe. Genau, nee, stimmt. Da müssen wir jetzt wieder Material sammeln dafür. Okay. Glas. 45. 145 Ziegelsteine. Ziegelsteine werden verdammt langsam produziert. Ah, nee, okay. Jetzt geht es da wieder schneller. Technologie erforscht. Konserve. Die müssen wir jetzt bestimmt auch wieder irgendwo herstellen, die Konserve. Ist wieder die Frage, wo man das dann wieder macht jetzt. Huh? Nichts kann das Trinken von Bier toppen, hat er gesagt. So, so. Ziel abgeschlossen. Nice. Guck mal, da kommen dann auch wieder neue Siedler. Genau, haben wir wieder neue Leute gekriegt gerade. Sechs Leute. Okay, warte mal. Wo hatte ich jetzt gesagt? Ich konnte hier hinten irgendwo noch was machen, warte. Hier, genau. Lass mal hier noch drei Leute reinstopfen. Hier noch einen. Und dann sind die auch schon wieder fast alle in Lohn und Brot. Wir könnten mal eine von denen Schmelzen hier jetzt nochmal abreißen. Und stattdessen lieber eine von denen hier noch bauen. Die ist besser, effizienter. Und die arbeitet nämlich mit Handwerkern. Und die ist auch tendenziell hier näher dran dann am Geschehen. Und dann kriegen wir nämlich mit einer höheren Rate, glaube ich, aus dem Erz das Metall raus. Okay, also die Eisenbarren haben wir schon für die Aufwertung der Stadthalle. Das Glas ist ein bisschen ein Problem. Wie viel haben wir denn da? Kriegen wir da überhaupt mehr? Ne, ne? Da hatten wir gar kein Dings mehr aktiv, glaube ich. Warte, ich wollte gucken. Glas, Glas, Glas. Ne, da kriegen wir aktuell nichts. Da müssen wir hier umstellen von Ziegeln auf Glas. Stimmt, da müssten wir eigentlich auch noch eine neue Anlage bauen eigentlich. Die uns ermöglicht auch Glas parallel noch zu produzieren. Wir hatten auch noch nicht die dritte Grube, die wir beim letzten Mal schon hatten. Da hat man nämlich schon eine dritte Grube gebaut, die uns Sand produziert permanent. Das hatten wir hier jetzt auch noch nicht gemacht. Müssen wir jetzt auch mal machen eigentlich. Die hatte ich auch direkt hier daneben gestellt, genau. Dann stellen wir die nämlich direkt um auf Dingsi. So, hier machen wir mal am besten auch das hier und machen da mal gleich die Spezialisten rein. Genau, guck mal. Dann kriegen wir hier nämlich mit einer schönen Effizienz, kriegen wir nämlich hier dann Metall. Das geht da nämlich schneller, siehste. Und dann sparen wir uns nämlich dann hier wieder Arbeitskräfte. Und dann können wir nämlich die normalen Arbeitskräfte dann gleich hier in die Grube stecken. Es herrscht Knappheit bei der Wasserverteilung. Ja gut, was soll ich da machen? Dann ist halt wieder, ist halt wieder Chaos jetzt. Suggested Action. Wir müssen, wir brauchen Kindling. Was ist ein Kindling nochmal? Unsere Wassertanks sind fast leer. Was, obwohl wir, obwohl der Schnee noch nicht sich angehäuft hat, ist es genug, dass wir es benutzen können. Wir könnten versuchen, Schnee in unseren Tanks zu schmelzen. Selbst wenn wir nicht, wenn es keine permanente Lösung ist, können wir damit vermeiden, an Durst zu sterben. Okay, let's light the fires. Wenn es genug Schnee gibt, kannst du ihn schmelzen, um sauberes Wasser zu produzieren. Okay, aber wo mache ich denn das? Melt it on site. Ja, mal gucken. Wie erhöht das nicht die Brandgefahr? Snow Smelting. Wo kann ich das denn machen? Mit Snow Smelting. Oder machen die das selber jetzt? Aber jetzt sind die Pumpen wieder aktiv, oder? Ich glaube, ich habe gerade schon wieder, äh, Annual Report. Zwei Leute sind an Krankheit gestorben. Zehn neue Leute sind hinzugekommen. Und wir haben jetzt hier die Dings, genau, stell die mal auf Sand um gleich. Und pack da mal gleich Menschen rein, genau. Sehr gut. Fünf Leute, die in der Grube arbeiten. Dann kriegen wir schon mal den Sand, den wir dann fürs Glas brauchen. Und dann bräuchte man noch mehr Leute, die dann entsprechend, äh, nochmal in einem Brennofen permanent Glas machen. Das wäre noch ganz praktisch dann. Wir müssen halt erstmal auch auf die Ziegelanzahl kommen von 145 jetzt. Das dauert natürlich auch erstmal eine Weile. Mountain. Vielleicht sollten wir jetzt erstmal noch warten mit neuen, äh, Gebietserschließungen. Aber wobei, Lowland will ich mir jetzt doch schon noch auch angucken. Lowland. Und was war hier noch? Warte mal, hier oben ist ja noch was. Mountain, schicken wir mal den da hin, genau. Wir erkunden einfach mal ein bisschen. Ich bin mal gespannt, auf wen wir auch so treffen, ne. So, hier ist jetzt kein Kupfererz mehr am Start. Ich werde jetzt mal spaßensalber hier die Mine mal schnell nochmal auf Kupfer umstellen, dass wir mal ein bisschen was davon bekommen. So, wie viel Ziegel haben wir? 132. Okay, ist gleich soweit. Wir haben gleich die Ziegelmenge und dann stelle ich mal hier auf Glas um. Können wir eigentlich nochmal diese Expeditionen losschicken, die uns Menschen beschert? Ach ja, hier, hier mache ich das mit Snowsmelding. Ah, okay, alles klar. Weißt du Bescheid? Das kostet Holz und Eisen. Wie? Das kostet drei... Moment mal. Schnee zu schmelzen kostet 43 Eisenbarren? WTF? Wofür? Versetzen die den Schnee irgendwie mit Eisenerz oder was? Oder reiben die dann da Eisensplitter in den Schnee oder was? Wie muss ich mir das denn vorstellen? Oder bauen die da extra einen Kessel dafür? Und wenn ja, warum machen sie das nicht dann permanent und nutzen das permanent? Moment. Teurer Schnee, ja, das ist ja Schwachsinn. Also ich meine, Holz kann ich ja nachvollziehen. Ja, du machst einfach ein Holzding hin und machst da Feuer an und dann schmilzt der Schnee. Ja, du machst halt einen Topf oben drauf, sodass du den Schnee da reinpacken kannst. Aber den Topf kannst du doch immer wieder benutzen normalerweise. Das ist doch in der Regel nicht so, dass du den Topf nur einmal benutzt und dann wegschmeißt. Attractiveness ist stark gesunken. Ja, das schwankt, glaube ich, alles immer so ein bisschen. Ja, Attractiveness ist gesunken. Ja, das stimmt. Healthcare und Workforce Condition, okay. Haben wir denn auch genug Wohnraum noch? Das ist so die Frage. Wir können ja mal das Wohngebäude hier noch aufrüsten. Aber gut, da verliere ich jetzt natürlich wieder Baumaterial. Das ist immer ein bisschen so der Trade-off. Aber wir haben 145 Dinger jetzt. Okay, jetzt stelle ich mal hier auf Glas um. Weil wir brauchen jetzt noch die 45 Glasplatten für die Aufwertung von unserer Main Hall. Von unserer Dorfhalle hier, Dorfzentrum. Dann haben wir hier auch endlich mal eine vernünftige Location. Und nicht diese komische Weltblechansammlung da. Und ich glaube, dann haben wir jetzt nur noch Stufe 2 Häuser dann tatsächlich. Wenn das hier jetzt abgegradet ist und die Main Hall auch. Haben wir dann jetzt nur noch Stufe 2 am Start. Das ist doch schon mal ja nicht so schlecht als Fundament. Wir haben aber auch nur noch 1818 Strom. Das ist natürlich ein Warnzeichen. Immer noch eine Wegwerfgesellschaft. Die haben nichts dazugelernt. Na gut, das lässt sich nicht vermeiden, dass du Dinge auch wegwirfst am Ende des Tages. Das wird halt einfach immer so sein in der Welt. Das lässt sich nicht komplett verhindern. Bis wir mal wirklich so einen absolut geschlossenen Kreislauf haben, wo nichts weggeworfen wird und irgendwie quasi Abfall ist, wird es noch eine ganze Weile dauern, glaube ich. Selbst in unserer hochtechnisierten Gesellschaft. Und das hier ist ja keine hochtechnisierte Gesellschaft. Die fangen ja im Grunde wieder, zumindest laut deren Aussage, nah bei Null an. Und insofern, ja, die müssen ja alles wieder neu lernen. Oh, wir haben die Stadthalle aufgewertet. Und sieht die jetzt auch anders aus? Ha, tatsächlich. Sie haben sie einfach weggemacht. Ja, die Stadthalle wird aufgewertet. Juhu, nice. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Seht es euch an. Seht es euch an. Es ist der absolute Wahnsinn. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange dauert denn das jetzt eigentlich, das zu bauen? Müsste das dann nicht eigentlich auch die Attraktivität wieder erhöhen? Sägewerk ist seit drei Tagen nicht in Betrieb. Wat? Welches Sägewerk? Oh. Ah, maximale Lagerkapazität für Papier erreicht. Lowland. Jetzt guck mal, was ist ein Lowland? Diese baumlose Landschaft besteht aus fragmentierten Ebenen und kleinen Hügeln. Die Zeichen von Mineralisierung zwischen dem Boden zeigen. Eisenerz, Kupfererz, Zinnerz, Kohle. Anders tut. Ich nehme mal an, das sind dann so Ressourcen-Hubs, die uns dann langfristig versorgen, wenn unsere lokalen Ressourcen aufgebraucht sind. Ja, also diese ganze Erkundung dient halt dann dazu, neue Quellen zu erschließen. Das heißt, wir müssen möglichst schnell Holz erschließen, würde ich sagen, Holzressourcen. Weil, äh, guck mal, hier haben wir wieder eine schöne Landschaft entdeckt. Wenn wir das nicht machen, dann kann es passieren, dass uns irgendwann hier auf der lokalen Karte das Holz ausgeht. Und wenn uns das Holz ausgeht, dann, ja, dann Gnade uns Gott, weil dann ist Ende mit allem. Dann ist Ende mit forschen, Ende mit essen, Ende mit bauen. Dann ist Ende mit allem, ja. Ähm, so, das heißt, schauen wir doch mal gleich nochmal auf die Karte. Können wir in unserer nächsten Gelegenheit eine verlassene Siedlung. Oh, warte mal, da müssen wir mal wen hinschicken, in die verlassene Siedlung. Da will ich mal wen hinschicken. Und hier haben wir auch Seaside. Schicken wir mal da noch wen hin, genau. Hier können wir ja jetzt auch Dinge tun. Provinz Unknown, Unknown. Ah, da können wir nochmal Details erkunden, quasi. Wo sind wir eigentlich? Wir sind hier hinten bei Camp Name, genau. Müssen wir mal schauen. Wir haben fünf neue Leute, eine Gruppe von Fremden. Ja, schön annehmen. Immer rein, immer alle rein hier. Alle Blei treten, Blei treten, genau. Neun Leute haben wir jetzt. Komm, dann machen wir hier gleich noch die Sandgeschichte noch. Aber warte mal. Ne, jetzt haben wir doch genug hier für noch einen Schmelzofen hier nochmal. Warte mal, Produktion. Brennofen. Nochmal einen Brennofen machen. Lass mal einen für Glas jetzt noch machen. Dass wir Glas herstellen können. Und Ziegel gleichzeitig. Dass wir immer schönes Baumaterial kriegen jetzt. Wie mein Eindruck von dem Game ist. Ich finde, es ist ein sehr komplexes Aufbauspiel. Und das gefällt mir auch. Also gerade auch die Aussicht noch mit den Förderbändern und auch Zügen und sowas, die da noch kommen. Was mir ein bisschen nicht ganz so gefällt, dass manche Dinge etwas nebulös sind. Wann machen sie denn Kinder und wann machen sie keine Kinder zum Beispiel. Weil das mit den Kindern machen ist ja schon relativ wichtig eigentlich. Dass da Kinder kommen. Aber das wird irgendwie nicht so richtig erklärt. Wann ist denn der Schwellwert erreicht? Was ist denn der Schwellwert, dass sie Kinder machen? Händler. Guck mal, was hat er denn? Kupfererz. Zinnerz. Bronzebarren. Weißt du was? Wir handeln jetzt einfach mal ein bisschen was von unserem Papier mal weg. Und kaufen uns mal wieder ein paar Bronzebarren, würde ich sagen. Weil Papier machen wir gerade so viel. Alter, das wird immer teurer über die Zeit. Kann das sein? Ich glaube, das lohnt sich gar nicht. Das lohnt sich gar nicht mehr. Am Anfang hat sich das noch gelohnt. Mittlerweile finde ich, lohnt sich das irgendwie nicht mehr. Lassen wir das mal lieber. Das ist, glaube ich, nicht so schlau. So, hier macht man jetzt mal... Genau, Glas. Und hier drüben stellen wir wieder um auf Ziegel jetzt. So, dann haben wir jetzt eine Anlage für Glas. Eine für Ziegel. Hier wird Sand geschürft. Hier wird Lehm geschürft. Genau. Hier wird immer noch Stein abgebaut. Jetzt haben wir noch vier Arbeitskräfte übrig. Die packen wir jetzt hier noch mit rein zum Sand. Und dann läuft das, glaube ich. Genau. So, jetzt müssen wir mal aufklären, wie wir jetzt... Vielleicht nochmal speichern direkt. Jetzt müssen wir mal aufklären, wie wir das machen mit den Konserven. Dass wir vielleicht diese externen Locations noch erschließen können. Es gibt doch jetzt bei der Produktion die allgemeine Werkstatt. Und ich glaube, die ist jetzt relativ wichtig tatsächlich. Ah, guck mal. Jetzt haben sie gleich direkt noch die Siedlung entdeckt. Eine Reihe von Gebäuden aus der alten Welt. Mit verfallenen Straßen auf einem leeren Land. Es gibt keine sichtbare Aktivität. Wir sehen kaum Tiere. Eisenerz, Kupfererz, Zinnerz. Okay. Ganz viele Ressourcen auch. Also man findet irgendwie nichts, was man wieder mit zurücknehmen kann. Das ist erstmal eine Sache, die mir auffällt. Also man findet jetzt nicht irgendwelche Gegenstände, die sie direkt irgendwie wieder mit zurücknehmen können. Also keine Elektromotoren oder was weiß ich. Halt Dinge, die man normalerweise selber produzieren muss. Irgendwelche Werkzeuge und so. Da finden sie irgendwie nie irgendwas. Egal, wo sie hingehen. So, das heißt, wir gehen jetzt mal beim Forest, würde ich sagen. Lassen wir jetzt mal hier ihn mal hier erkunden. Irgendwas, was relativ nah dran ist. So direkt gegenüber von uns. Wo es eine hohe Wahrscheinlichkeit auf Holz gibt. Ja, weil hier war, glaube ich, Holz sehr stark. Weil dann könnte man nämlich uns erstmal... Wichtig ist, glaube ich, für den ersten Stützpunkt, dass wir Holz und Fleisch bekommen. Weil das sind die Sachen, die auf unserer Map irgendwann weg sind. Ja. Also ich glaube, irgendwann ist hier kein einziger Baum mehr, wenn das so weitergeht. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt sollten wir dann schon... eine externe Holzquelle haben, von der aus wir uns dann bedienen können, ja. Nicht, dass wir irgendwann kein Holz mehr bekommen. Das wäre sehr schlecht. Das wäre wirklich maximal schlecht. So, lass mal gleich noch gucken. Wir können ja noch weiter forschen. Auch Akrikultur. Lass mal gleich Akrikultur noch machen. Und dann die Elektro-Werkzeuge erforschen. So, genau. Ich wollte eigentlich gerade gucken, wegen Produktion. Genau. Ähm, allgemeine Werkstatt. Okay, wir brauchen definitiv mehr Ziegel. Das fehlt uns jetzt gerade. 175 Ziegel. 800 Energie braucht das. Die Werkstatt. Ich bin ehrlich gesagt am Überlegen, nochmal ein Kohlekraftwerk noch zu machen, bevor wir jetzt die Industrie ausbauen. They arrived to Seaside. Diese Gegend ist wieder... Okay, das ist wieder dasselbe. Zinn, Wasser. Okay, finish. Alles klar. Es ist dann irgendwann auch immer dieselbe Art von... von, äh, Erkundungstext. Biomen hast du nicht gesehen. So, dann schicken wir mal die andere. Die schicken wir mal jetzt hier noch hin. Und dann erkunden wir mal diese beiden Stellen. Mal gucken, an welcher Stelle wir dann da diesen Watchtower dann bauen können. Wir müssen ja dafür sorgen, dass da jetzt dann auch, äh, dass wir da Infrastruktur haben. Nicht wahr? Jetzt sind hier auch... Langsam laufen hier auch die Sachen voll. Das ist gut. Dass die Dinge volllaufen hier. Wie sieht es mit den Kindern jetzt aus? 20 Kinder werden erwachsen. Das ist doch schon mal gut. Ich glaube, wir müssen jetzt tatsächlich auch wieder neue Häuser bauen. Neue Wohnhäuser. Weil ich glaube, jetzt wird es langsam eng so ein bisschen in der Siedlung. Machen wir das doch mal. Ja, dass wir mal hier nochmal neue Häuser aufstellen jetzt. Damit wir hier die Leute, äh, auch unterbringen können. Weil ich glaube, sonst sinkt wieder die Attractiveness. Jawoll! Obstplantage! Früchte! Sehr gut! Wieder ein bisschen mehr Diversifikationen bei dem Nahrungsangebot. So, dann machen wir hier den Speer 2 noch. Genau. Achso, jetzt wollte ich eigentlich die Maschine. Na, ist ja all. Ist ja all, ist ja all, ist ja all. So, wie sieht es aus? Werkstatt. Können wir das jetzt machen? Ne, noch nicht. Ah, das dauert noch. 100 Ziegel. Ich glaube, vielleicht ist es ganz schlau, wenn wir Glas jetzt doch mal nochmal umstellen auf Ziegel. Dass wir mal ein bisschen schneller die Ziegel kriegen. Irgendwie, Glas ist jetzt nicht so dringend wie Ziegel. Okay, wir haben anscheinend immer noch zu viel Wohnraum. Weil anscheinend will da keiner wohnen da drin. Dann dürften die anderen Gebäude, ja okay, die sind hier noch nicht ganz voll. Dann haben wir sogar noch Spielraum, siehste. Nicht schlecht. Aber ist schon gar nicht so schlecht, wenn 20 Kinder erwachsen wären demnächst. Dass wir da schon mal ein bisschen anbauen. Weil, ne, 20 Kinder, das sind ja dann mehr als ein Haus an Wohnraum hat. Also sollten wir da schon ein bisschen vorsorgen. Schon mal direkt. So, jetzt haben wir ziegeltechnisch. Haben wir jetzt genug? 127, 130. Jetzt geht es auf jeden Fall schon mal deutlich schneller. Ich bin mal sehr gespannt, ob man diese Werkstatt dann auch schon mit Förderbändern zusammenschließen kann. Technologie erforscht. Späherr. Ja, nice. Das läuft doch richtig jetzt. Lass mal gleich weiter hier mit den Maschinen machen. Wir machen mal erst mal so eine Werkstatt. Ich will mal wissen, wer da drin überhaupt arbeiten kann. Wahrscheinlich kann in der großen Werkstatt, in der allgemeinen Werkstatt, eh nur die Handwerker-Gilte arbeiten. Und die anderen können da bestimmt schon nicht mehr arbeiten. Die sind da bestimmt schon... Aber wir gucken erst mal. Ich muss mir das erst mal angucken. Ich hab's ja noch nie gebaut. Ich weiß ja nicht, was das jetzt genau für Voraussetzungen hat. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Sie sind angekommen in der Provinz. In der Provinz sind wir. Aber da gibt's anscheinend nichts. Okay. Was haben wir denn da jetzt da noch drumrum? Ist da jetzt überhaupt irgendwas drumrum? Warte mal. Wo sind wir jetzt hier? Wir sind hier. Okay. Da wäre Holz. Aber können die das jetzt farmen da? Provinz. Explored. Naja, von mir aus. Dann geht mal gleich hier noch hin. Wir erkunden jetzt mal die Fragezeichen, die direkt in der Umgebung von unserem Camp sind. Wir müssen mal schauen, was da alles geht. Bin mal sehr gespannt. So, wie sieht's aus jetzt? Technologie erforscht. Okay, Elektrowerkzeuge haben wir jetzt. Die Werkstatt ist jetzt... Wird jetzt gebaut. Genau, ich wollte gerade sagen, die ist noch nicht fertig. Elektrowerkzeuge. Jetzt seh ich wieder mit dem Mauscursor nicht, weil es schneit. Das ist immer so lustig. Ah, da ist er. Weil der weiß ist. Und wenn die ganzen Schneeflocken immer über den Bildschirm fliegen, so, dann wird der Mauszeiger dadurch immer irgendwie unsichtbar. Keine Ahnung. Oder mir geht's vielleicht auch nur so. Keine Ahnung. Ah, guck mal. Uns fehlt Papier. Wir können nicht forschen. Was haben wir denn jetzt hier? Ah, guck mal. Hier können wir jetzt die Konserven machen. Was brauchen wir denn da? Bronze und einfache Mahlzeit. Ja, was ist das hier? Vorrat? Das kann man noch nicht machen. Aber wir sollen ja eigentlich die Elektrowerkzeuge machen, wa? Aber da brauchen wir Antriebe. Die haben wir noch nicht. Da muss ich erst mal gucken. Wie mache ich denn einen Antrieb? Ja gut, dann lass mal erst mal... Lass mal erst mal Konserven machen vielleicht. Keine Arbeitskraft. Naja, stimmt. Wir haben keine Leute gerade. Sie sind in der Provence angekommen. Okay. Nichts am Start. Warte mal jetzt ganz kurz. Äh, mach mal die Geschwindigkeit ein bisschen runter. Wir müssen mal nochmal diese Mission jetzt starten, mit der wir neue Leute bekommen. Äh, bekommen. Spreading the word. Genau. Und vielleicht mal Snowsmelding mal machen. Weil ich hab irgendwie das Gefühl, wir haben schon wieder ein Defizit. Ja, wir haben schon wieder ein Defizit. Lass mal Snowsmelding mal machen. Könnte schlau sein, dass wir da mal vorübergehend den Wasseringpass mal ein bisschen jetzt überbrücken. So, dann müssen wir mal schauen jetzt. Ähm, wie kann ich denn jetzt den Antrieb machen? Warte mal. Den muss ich doch irgendwo auch herstellen können. Aber im Metallwerk wahrscheinlich, wa? Ich glaube im Metallwerk. Okay, da brauchen wir 90 Ziegel. Machen wir das Metallwerk mal hier so hin. Bisschen so in die Nähe. Das war es vielleicht alles auch so ein bisschen ums Lager drum rum strukturieren auch. So, jetzt fehlen noch die Bronzebarren. Genau, dann können wir diese Expedition starten, damit wieder neue Leute kommen. Aber eigentlich müssten doch die Kinder dann auch mal erwachsen werden. Es sind 23 Kinder. Das kann doch nicht wahr sein. Aber, na gut, wir brauchen eh ganz viele neue Leute noch. Mit dem Essen sieht es jetzt erstmal gut aus. Guck mal, da haben wir einen deutlichen, dicken, fetten Überschuss eigentlich. Einfache Mahlzeit ist ein bisschen nicht ganz so im Überschuss, aber geht eigentlich noch. Es ist auf jeden Fall sehr heftig gerade. Wie sich das entwickelt. Das Einzige, was mir Sorgen macht, ist Wasser. Das ist das, was mir gerade richtig Sorgen bereitet. Alles andere ist ja eigentlich am Start. Selbst Kleidung ist immer noch im Überschuss. Obwohl wir da so viele Leute jetzt versorgen müssen damit. Analer Report, genau. Keiner ist gestorben. Mensch, der absolute Wahnsinn. Niemand ist gestorben. Dieser Niemand, der erst seine Ausbildung abgeschlossen hat, ist jetzt auch gestorben. Was der alles macht, ey. Einen kleinen Crash später, meine lieben Freunde, haben wir jetzt mal die Reihenfolge geändert. Ich hatte ja gerade schon festgestellt, dass wir, um die Werkzeuge, die Elektrowerkzeuge in der Werkstatt herstellen zu können, die Motoren noch brauchen. Und die machen wir anscheinend im Metallwerk. Das haben wir jetzt hier wieder an die gleiche Stelle mal gebaut. Und da stelle ich jetzt einfach mal ein, die Herstellung vom Antrieb, meine lieben Freunde. Genau. Jetzt haben wir allerdings keine Arbeitskräfte, die das machen könnten. Das ist natürlich ein bisschen doof jetzt. Wir müssen auch dafür umstellen auf die Produktion von Bronze wahrscheinlich. Wir haben aber 215 Bronze zur Verfügung. Also das sollte jetzt erstmal nicht das Problem sein. Naja, wir brauchen halt Arbeitskräfte. Ich habe jetzt aber diese Expedition, um neue Menschen zu bekommen, habe ich jetzt mal nicht gestartet. Wir machen das jetzt mal anders. Wir haben zu viel Lehm. Wir machen mal fünf Leute in die Lehmgrube und fünf Leute machen wir hier jetzt in die Anlage rein. Ich glaube aber, damit das läuft, brauchen wir immer noch mindestens einen von den Spezialisten hier. Das heißt, wir schauen jetzt mal. Ich glaube, wir haben einen Kohleüberschuss. Kann das sein? Ich glaube, wir müssten einen haben. Ja, wir haben einen Kohleüberschuss. Dann nehmen wir jetzt hier mal einen raus und nehmen hier mal einen rein. Dann laufen nämlich die beiden Anlagen. Vielleicht jetzt nicht mit wahnsinnig hoher Effizienz. Aber ihr seht, wir haben jetzt immerhin schon mal einen Antrieb. Der absolute Wahnsinn. Der wird auf jeden Fall produziert. Dass das schon mal so ein bisschen jetzt anlaufen kann und wir schon mal so ein bisschen so auf Tasch so ein paar Antriebe bekommen. Weil, wie gesagt, unsere Aufgabe ist ja eigentlich die Elektro-Werkzeuge herzustellen. 30 Stück. Und das wird dann jetzt so unsere nächste Aufgabe. Ihr seht aber auch, wir können hier auch zum Beispiel einfache Werkzeuge herstellen. Und ich nehme mal an, die Effizienz wird hier drin wahrscheinlich deutlich besser sein als hier drin. Guck mal, hier sind es nämlich nur drei Werkzeuge alle zwei Stunden. Und hier drin sind es sechs Werkzeuge alle zwei Stunden. Also sogar doppelt so viele. Das ist schon gar nicht so schlecht. Also wir müssen eigentlich schauen, dass wir von den Metallwerken mehr bauen. Ich gehe mal auch schwer von aus. Wir können wahrscheinlich diese Anlagen upgraden, schätze ich mal. Ja, genau. Wir können diese Anlagen dann upgraden auf die Metallwerke. Das wäre auch noch eine Idee. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Stimmt, hätte man machen können. Aber jetzt haben wir hier auf jeden Fall schon mal so eine Anlage aufgebaut. Und die kann jetzt schon mal parallel noch laufen. Weil ich meine, wenn wir jetzt die hier alle upgraden würden, dann würde uns ja trotzdem das Personal fehlen, um die zu betreiben. Also wir hätten ja dann immer noch keine Handwerker dafür. Da müssten wir ja wieder Leute woanders abziehen. Insofern sollen die normalen Werkstätten erst mal weiterlaufen. Genau, hier haben wir nochmal Locksource entdeckt jetzt. Genau, ich musste jetzt hier diese Erkundungsaufträge hier, die musste ich jetzt auch nochmal neu starten wegen dem Crash. Das war jetzt natürlich auch ungünstig. Aber so ist das halt. Wir haben halt 10 Minuten verloren. Ist halt ein bisschen ärgerlich. Ich speichere jetzt direkt mal. Dafür konnten wir das jetzt halt gleich richtig machen. Mit dem Spaß jetzt. Mit dem, ähm... Mit der Werkstatt, mit der Eisenherstellung da. Genau, konnten wir das gleich richtig machen. Wie sieht es jetzt eigentlich mit dem Wasser aus? Wir haben schon wieder so ein Hardcore-Wasserdefizit, ey. Weil wir schon wieder irgendwie hier Wassermangel haben. Das gefällt mir irgendwie nicht. Wir müssen mehr Wasserpumpen machen. Wir haben aber auch jetzt schon... Nachdem wir jetzt diese eine Anlage hier gebaut haben, haben wir jetzt schon hier nur noch 908 Strom. Wir brauchen eigentlich wirklich nochmal ein Kohlekraftwerk jetzt. Mal ohne Spaß. Jetzt muss ich mal gucken hier. Wo war denn jetzt nochmal das Kohlekraftwerk? War das nicht hier bei Stufe 2? Kohlegenerator, genau. Da brauchen wir mehr Ziegel. Das ist natürlich auch wieder blöd. Ziegel kriegen wir jetzt gar nicht so schnell. Müssen wir mal wieder ein bisschen warten. Okay. Also, wir produzieren jetzt aber immerhin schon die Motoren für die Werkzeuge. Das ist schon mal gut. Und, ähm... Wir haben ja immer noch die Kinder jetzt auch. Oh, ne, haben wir nicht. Sind die schon erwachsen geworden? Wir hatten doch irgendwie 23 Kinder. Oder ist es... Werden die Kinder etwa zurückgesetzt, wenn das Spiel crasht? Irgendwie kommt es mir ja fast so vor. Aber dafür haben wir wenigstens Fremde jetzt. Okay, immerhin drei Fremde. Das ist doch schon mal was. Und dann lasst doch mal gleich die Fremden hier mit einlegen. Genau. Weil dann haben wir nämlich hier direkt die Leute, die wir brauchen. Und dann geht das ja auch alles ein bisschen schneller jetzt. Den Kindern. Das ist mir irgendwie ein Rätsel. Muss ich ehrlicherweise zugeben. Provence. Genau. Guck mal. Da haben wir nichts gefunden. Nochmal Provence. Da haben wir auch wieder nichts gefunden. Meat makes us resilient. Okay. Ähm... Ah, ne, genau. Hier gibt es eine Fleischressource. Hier gibt es eine Holzressource. Genau. Und hier unten. Was gibt es da? Schicken wir den mal da hin. Was ist das hier? Provinz. Explore. Da ist anscheinend nichts. So. Und sie kann dann gleich mal hier hin. Genau. Weil dann wissen wir nämlich schon mal, welche Ressourcen hier so am Start sind drumherum. Und wo es die konkret gibt. Weil dann können wir nämlich vielleicht auch mal schauen, dass wir mit Expeditionen das dann abgreifen. So. Jetzt muss ich mal schauen. Hatten wir jetzt noch was erforscht? Hier. Äh... Methodical Training. Genau. Das fehlt uns noch. Ach ne. Guck mal. Jetzt sind die ganzen Forschungen ja auch gar nicht durch. Die muss ich auch alle nochmal neu machen. Äh. Ja. So ist das meine lieben Freunde. Wenn das Spiel crasht. Es gibt wie gesagt, zumindest hier in dieser Preview-Version der Early Access, gibt es eben noch keinen Autosave. Und ich kann an der Stelle nur den, also allgemein an alle Entwickler, jetzt nicht konkret an die Entwickler von New Cycle, aber konkret an alle Entwickler. Selbst wenn es nur eine Preview ist. Selbst wenn es nur eine Preview ist und eine Entwickler-Version, wenn ihr das releast oder dass das gezeigt wird oder generell irgendwie in die Öffentlichkeit kommt, bitte, bitte immer ein Autosave mit drin haben. Immer. Gerade wenn das noch so ein Autosave ist, ist das umso wichtiger, weil so ein Autosave, finde ich, ist einfach so eine Standardfunktion. Das ist einfach wie so, dass der Mauszeiger funktioniert auf dem Bildschirm. Das gehört einfach irgendwie dazu. Ich verstehe nicht, wieso kein Autosave in einem Spiel drin ist, egal in welchem Zustand sich das gerade befindet, ja. Selbst wenn das nur, weiß ich nicht, zwei Zeilen kurz sind, muss da einfach ein Autosave drin sein, meiner Meinung nach, ja. Das ist einfach so ein, das ist so wie Essen und Trinken, das gehört einfach dazu, ja. Das geht nicht ohne, also ich finde, das ist einfach Standard. Wie seht ihr das? Könnt ihr mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben, aber ich finde, das gehört einfach dazu. Das ist einfach wichtig. So, ah, jetzt haben wir die Obstplantage, genau, haben wir wieder die Obstplantage. Hier haben wir jetzt wieder einen Händler, ich möchte da aber jetzt nichts machen, das ist mir alles zu teuer gewesen, genau. So, gleich noch weiterforschen, hier, Long Distance, genau, müssen wir machen, Communication, genau. Unsere Kehlen sind trocken. Ja, dann schaut halt, dass eure Wasserpumpen laufen. Stimmt, wir müssen mal noch mehr Wasserpumpen noch machen, irgendwie. Also, wir haben schon so viele Wasserpumpen am Start, ne, und es ist immer noch nicht genug, ey. Also, Wasser ist echt, das ist, äh, das ist ein Akt mit dem Wasser, ich sag's euch. Ein absoluter, absoluter Akt. Hier ist noch eine Quelle, müssen wir mal wirklich jetzt gucken, dass wir noch so die letzten paar Quellen, kriegen wir da beide rein, zufällig. Ja, guck mal, da kriegen wir noch beide rein. Ich mach jetzt einfach noch mehr Wasserpumpen, was soll der Geiz? Es hilft alles nichts, wir müssen das machen. Wir müssen das machen. Es ist einfach nicht genug. So, wir sind in der Provence angekommen. Wassersource, let's start digging, genau. So, hier kann er jetzt noch hin, genau. Send und sie kann da hin. Und da haben wir Technologie erforscht. Machen wir mal gleich weiter. Einfache Maschine, genau. Da müssen wir ja eigentlich hin. Immer noch, das ist das, was wir brauchen. Wie jetzt hier auch schon der Wald weg ist, ey. Wir müssen jetzt mal ganz dringend dahin kommen, dass wir mal irgendwie diese externen Quellen mal anzapfen. Ich mach mir nämlich mit dem Holz langsam echt Sorgen, ja. Das wird langsam echt ein bisschen sehr kritisch hier. Das ist echt nicht so ohne. So, jetzt haben wir hier noch eine Wasserpumpe und hier hinten auch noch eine. Schön diversifizieren, die Wasserversorgung. Schön diversifizieren, speichern, ja, ja. Speichern ist echt, muss man hier echt alle paar Minuten eigentlich, ja. Das ist halt wirklich so, aber man lullt sich dann auch so ein, weil das Ding ist, es crasht ja nicht, wirklich nicht permanent. Es crasht halt in unregelmäßigen Abständen. Und wenn es dann mal eine längere Zeit einfach mal nicht abstürzt, dann lullt einen das so ein und dann vergisst man auch irgendwann das Speichern. Weil man sich denkt, also es stürzt ja sowieso nicht ab. Und man denkt dann gar nicht mehr dran. Und dann, äh, ja, ist dann halt der Moment, wo es dann meistens dann crasht, wenn man dann gerade auch so dran denkt, ja, warte mal, ich müsste ja doch speichern. Und dann, zack. Genau, bam, genau. Dann macht es bam und dann ist weg. Dann ist es vorbei. Und dann ist das halt ärgerlich. Dann ist das halt doppelt ärgerlich. Und zack, Wasser im Überfluss. Ja, das geht dann immer so schnell. Da hast du dann plötzlich wahnsinnig viel Wasser. Was haben wir denn da eigentlich für eine Grenze eingestellt beim Wasser? Beim Wasser haben wir 10.000 aber. Das müsste aber eigentlich eine ziemlich große Menge sein, die da eingelagert wird, ne. Also, jetzt haben wir ja recht viele Ziegel. Ich mache jetzt, bevor wir diese Sache mit der Werkstatt, mit der automatischen machen, mache ich jetzt doch nochmal das Upgrade für die Schule. Weil wir müssen mal jetzt auch dafür sorgen, dass wir die Menschen auch ausbilden zu Handwerkern. Die brauchen wir jetzt nämlich mehr. Und mit der Standard-Schule dauert das immer so lange, beziehungsweise es schlägt immer so oft fehl. So, jetzt gucken wir mal. Eine Technologie können wir noch machen hier. Genau, dieses Theoretical Training. Ah, da haben wir jetzt wieder nicht genug Papier. Ja, okay, müssen wir wieder warten jetzt. Aber die Schule wird jetzt erstmal gebaut. Das ist schon mal gut. Wie macht man so eine externe Station? Dazu kommen wir noch. Ich glaube, da brauchen wir Konserven, Vorräte und sowas alles und müssen das dann da hinschicken. Und dann wird das da gebaut und dann kann man von da dann irgendwie Sachen abbauen lassen. Und an dieser Stelle endet diese Folge New Cycle. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Bär-Nachrichtigungen. Und ihr könnt auch gerne mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen im Epic Store. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr coole Möglichkeit, um den Kanal zu unterstützen. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, ciao!